ja ja was mache ich ja was hat was habe ich denn getan du kannst auch einfach aus Versehen Nitro Handy werfen das kannst du auch du brauchst den gar nicht erschießen du brauchst euch nur beide in die Luft sprengen genau das hättest du den Eintag gesehen alle schauen mir zu aus dem Team weißt du ich bin oben im Treppenhaus bei der Bank ich war erst mal 10 Sekunden davor denkt mir so okay ich mache das jetzt aber ich habe daraus gelernt L1 ist eine gefährliche Taste aber du hast Stacheldraht oder so oder so ich lasse euch mal ein zum Anheften kommst du auf Jackie natürlich bin ich schon drin ich muss ja keine CD wechseln ich habe die auch immer drin die von ja ich habe alles digital hauptsächlich ich habe glaube ich nur 10, 10, 15 Spiele auf CD das war mir zu dumm bei so vielen Spielen dann immer die CD zu wechseln habe ich keinen Bock drauf ne was war los das ist lustig kriegst du jetzt einen lachkrampf raus, ist das jetzt dein ernst, deswegen kriegst du lachkrampf? ja, das sah lustig aus oh god ach das raucherlachen hier hei 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 das macht mich einfach fertig wollen wir rang oder locker? rang ja super ihr wolltet rang spielen? gut dann nicht sonst geh ich rang runter, das will ich auch nicht ich wollte schon sagen, ich hab noch nie rang gespielt so, bin wieder am start naja, das spielen bessere leute als bei normalen modus ja aber wir sind doch so gut, wir schaffen die auch auf jeden fall ja ach du scheiße, ich hasse die map kann ich mit dem fuse nicht viel machen ähm also mir gehört der mute und der fuse nur mal so nur mal so nebenbei äh, ach da obwohl fuse, ach es bringt da nicht viel, aber egal willst du nicht wirklich mal irgendeinen Operator mitnehmen? der ist gut ja, ne ach, ihr beide wieder was denn? ne ne, Patrick war es letztes mal ach, das war lustig ja, ich und Patrick, Alter wir beiden rekruten, ey ach ja, stimmt lass mal Reku nehmen, lass mal Reku nehmen ach ach, das waren Zeiten du ne, wie ich den Patrick dann beschützt nein, Meister komm stell mich in die Front und gib instant Headshot oh, Mann ey der Biogefahrgut behält, der muss hier jetzt lokalisieren äh, ich bin mal ran oh, auf dem Flugzeug hier habe ich mal Ace gemacht die haben gleich meine Drohne zerstört das fand ich wundervoll ähm, ist das jetzt ran oder locker? ne, ne, locker, 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 locker wie sich das anhört, ey, wir haben locker alles das ist hier äh, du? na du? ok wo sind die denn? äh, geradeaus durch, bei Niklas ja? ähm, ja oh, oh, hi hallo oh, da ist einer oh, da ist einer mittlere Ebene sind die unbekannt angriffen das ist dein Ernst ja, geil und hab ich so Wundtrappen das ist doch nicht ich bin tot das ist doch nicht ich verstehe das ist doch nicht das ist jetzt nicht deren Ernst ich glaub ich werd die Konsole nie wieder anmachen das waren meine Gedanken das waren meine Gedanken es, es macht keinen Sinn ich hab gesagt, ich will dran der nächste ist tot, der nächste ist tot der nächste ist tot oh verdammt dich Niklas lebt doch Niklas, oben ist Mira die ist, die ist direkt da erstmal eine rauchen hier das ist so blöd kann auch so blöd sein Alter das ist doch wunderschön wir kommen von dbd wir sind immer gestorben jetzt kommen wir hin was passiert alle sterben erst rein da rauchen ähhh Alter, das ist ja noch schlimmer wir sterben ja noch schneller wie assi das geht doch gar nicht was kann man denn sonst noch spielen Tetris 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 können wir spielen aber warte Tricky Towers ja man ich spiele Tricky Towers ahhh 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 Destiny kann man noch spielen hab ich nicht so der kann auch schon böllern Destiny so jetzt aber Super Hass auf alles ja Killing Floor 2 oh ja hab ich nicht mag ich nicht ach das ist ne shotgun ja moin ich wollte grad wieder R1 drücken zum glück hab ich's nicht getan ja sehr schnell ja ich weiß nicht wo die grad alle herkommen die sind jetzt grad überall hier oh man so schnell kann ich so schnell kann ich den Störsender gar nicht packen äh Fick dich ich überrasche sie einfach hier drin warum wollte ich jetzt entdeckt wo ist denn hier einer oooh weißt du weißt du die spawn trappen wir spawn trappen wen juckt's ohne witz die müssen nur die Treppe hochkommen dann ist die tot die droht der Gegner hat den Biogefahrgut behälter ja mal gucken wo ich Herzschlag hab Herzschlag ja ich hab Kult hast du ja klar ja ja da ist er jetzt wegen Dead by Daylight oder was was glas 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 du miese Ratte ich wo er wusste ich es oh gott er kommt von hinten kommt von hinten kommt von hinten oh gott nein 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 was der hat mich auch getötet der wollte nicht sterben was tust du da was tust du da okay der random was passiert denn ey der random ne wenn der random das jetzt schafft dann schweig wir sind wir sind viel zu schlecht für irgendwelche PS4 Spiele noch ja heute aber nur heute Alter was ist da los guck mal was wir für Punkte haben 150 20 10 es liegt eindeutig am Wetter dort es liegt am Wetter ja es regnet halt die ganze Zeit es liegt natürlich am Wetter es regnet die ganze Zeit nee oh nein Moment Moment jetzt weiß ich was ich mach Moment 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 ich nehm jetzt hier den jetzt komm ich mit ein Schild rein jetzt reicht's ich weiß dass die lass mich vor ne ne ich hab ja Schild dann geh ich vor nein doch man ich hab rmgs das sind noch mehr ja wow ich stand da und glas hat mich so weg ja Box mit seinem Scharfschützen Ding gewehr ich hab nicht mal Lust das auszusprechen so richtig lustlos jetzt grad ich hab mir gedacht okay kommen wir rocken das jetzt nö 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 die Runde ist aber auch scheiße muss man schon mal sagen vor allem wir haben von Anfang an gespawntrapped das war richtig scheiße ja eben das ist ein äh äh spawntrapper ja camp spawn warte natürlich fahr ich vorbei oh man ja gut zu wissen einer wartet schon mal am Eingang da man kann überhaupt nicht mit einer Waffe zählen ja fick dich da 5 sekunden so jetzt jetzt geht's los jetzt reicht's ich hasse es wenn die Splash hat mich schwach ich hau die sowas vor mir ich bin so aggressionen lass mich die daraus nicht so alle ich habe mal keinen bock wenn man sieht dass die nein also ich bin jetzt gleich schon bei der bombe ich werfe auch granaten wir müssen sagen es geht nicht anders so behindert was passiert hier was passiert was passiert denn hier ja super diesen das kann man gut auf youtube aufnehmen jetzt hier das ist kompetenzial das gameplay die man auch verlassen und dann mit trupp wir müssen echt an zogen anders geht es nicht er guckt immer locker an was mich damit